Hallo und herzlich willkommen im nächsten Kapitel in der Reihe Wie komme ich eigentlich von meinem objektorientierten Datenmodell zu meiner Softwareanwendung? Bisher hatten wir jetzt das Thema Datenbanken so weit angefangen, dass wir da unsere Objekte als Datenbank-Records reinlegen können. Und in diesem Schritt wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir jetzt die Relationen zwischen den Objekttypen so umsetzen, dass die dann eben entsprechend später zu Relationen zwischen den Objekten werden. Fügen wir also noch ein paar Relationen hinzu, die heißen hier Association. Und dann nehmen wir jetzt mal die von Fluss zur Stadt, also von Stadt zu Fluss. Und das ist ja eine viele zu viele Verknüpfung. Das heißt also, eine Stadt liegt an mehreren Flüssen und ein Fluss, nennen wir es mal, durchfließt mehrere Städte. Ja, das ist jetzt nachher unser Property, über das wir das entsprechend abfragen können. Das hatten wir beim letzten Mal noch von Hand gemacht und jetzt nennen wir die Assoziation auch liegt an. Dann dürfte das alles ein bisschen konsistenter sein mit dem, was wir bisher gemacht haben. Okay, dann sehen wir, alles klar, jetzt gibt es hier diese Relation. Eine viele Städte, Fluss durchfließt mehrere Städte und Stadt liegt an mehreren Flüssen, also kann liegen an mehreren Flüssen. Hier oben zwischen Land und Stadt gibt es ja zwei Beziehungen. Einmal kann ein Land die Hauptstadt Stadt haben und eine Stadt liegt in einem Land. Fangen wir mal an mit dieser liegt in Beziehung. Beziehung, die geht ja jetzt hier von der Stadt zum Land und jetzt steht ja hier, Stadt can have many instances of land. Das ist ja genau nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen genau ein Land haben und in einem Land können mehrere Instanzen von Stadt leben. Also wenn Sie hier umschalten, dann macht er hier immer die Namen platt. Also fangen Sie an mit der Organisation hier oben und dann benennen Sie alles um. Hier Navigation Property, das ist jetzt der Name, über den ich zugreife. Und jetzt hatten wir ja gesagt, das soll sein, die Beziehung liegt in. Und da ist ja unser Navigation Property von der Stadt aus gesehen liegt in. So, jetzt steht hier, Stadt can have one instance of land. Use Stadt liegt in to access land instance. Okay, das ist das, was wir in der von Hand Version auch so gemacht haben. Umgekehrt, Land kann haben mehrere Instanzen von Stadt und wir sollen die Property Land.stadt benutzen. Also ich würde die jetzt mal Städte nennen. Dann wird beim Lesen auch klar, dass es mehrere sein sollen. So, damit wären wir jetzt fertig. Was wir jetzt noch machen sollten, ist diesen Haken setzen. Der macht nämlich jetzt diese Beziehung, diese ID-Beziehung explizit. Brauchen wir eigentlich nicht, aber der Generator von den Webseiten, der braucht es dann doch und deshalb machen wir es einfach von Anfang an gleich mit an. So, jetzt drücken wir OK. Und jetzt haben wir hier eine Beziehung. Ja, und hier, wenn Sie das umverhalten wollen, dann haben Sie das hier im Prinzip alles nochmal in den Properties von dieser Beziehung. Okay, jetzt haben wir also hier eine Land-ID. Wir haben einen liegt in. Und wir haben hier diese Beziehung. Wenn ich jetzt hier draufklicke, sehe ich, was gehört alles dazu. Und ich würde die jetzt hier mal von Land-ID in liegt in ID umbenennen. Na, dann passt das nachher auch zusammen. Ja, wenn es jetzt noch eine andere Beziehung zu Ländern gäbe, dann heißt die Land-2-ID. Das ist ja auch irgendwie nur so semi-gut. Dann fehlt uns jetzt hier noch die Hauptstadt-Beziehung. Die bauen wir auch noch eben ein. Die geht ja vom Land zur Stadt. Ja, und jetzt haben wir gesagt, okay, also vom Land aus gesehen ist es natürlich nicht Stadt, sondern Hauptstadt. Ja, und umgekehrt wäre das ja sowas wie Hauptstadt von oder so, ne. Hauptstadt von. So, damit das Ganze jetzt aber auch weiter funktioniert, müssen wir jetzt hier natürlich mit den Multiplizitäten, wie es so schön hier heißt, Multiplicity, ein bisschen aufpassen. Also, ein Land kann ja nicht mehrere Instanzen von Hauptstadt haben, sondern eine. Und da hatten wir ja gesagt, wir brauchen eigentlich eine oder keine, sonst haben wir dieses Henne-Ei-Problem. Und umgekehrt könnte jetzt eine Stadt die Hauptstadt von mehreren Städten sein. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir sonst diese Zusammensetzung von Hand programmieren müssten. Aber wenn wir es so machen, dann generiert uns der Webseitengenerator hier gleich eine Dropdown-Box mit. Also, schauen wir mal her. Also, Land kann haben exakt keine oder eine Instanz von Stadt und die liegt in Hauptstadt. Das hört sich so an, als würde es zu dem passen, was wir uns beim letzten Mal überlegt haben. Und umgekehrt, wie gesagt, das habe ich jetzt ein bisschen aufgebaut. Also, eine Stadt kann halt mehrere Instanzen von Land haben und die liegen dann in der Liste Hauptstadt von. Und das nennen wir jetzt mal wieder Hauptstadt, damit das alles seine Ordnung hat. So, und jetzt nicht vergessen, den Knopf brauchen wir, sonst legt sich nachher der Webseitengenerator weg und dann müssen wir es nur alles von Hand schreiben, das ist auch blöd. Gut, jetzt haben wir das. Jetzt hat er uns die Verarbung da unten reingemacht. Dann müssen wir es ein bisschen hochzerren, müsste er eigentlich das wieder ein bisschen aufräumen. Naja, macht er natürlich nicht. War ja klar. Oh, schön ist anders, aber gut, da müssen wir jetzt erstmal mit leben. Das wäre ja ganz schick, wenn er die hier irgendwie zumindest ein bisschen aufräumen würde. Aber das hat so viel verlangt. Gut. Jetzt haben wir also hier diese Beziehung. Also, wir haben jetzt hier eine Leakin-ID. Wir haben hier eine Stadt-ID. Das soll ja eigentlich unsere Hauptstadt-ID sein. Also, benennen wir die noch um, damit wir nachher wissen, wovon wir sprechen. Ja, und das sind jetzt unsere Beziehungen. Also, hier Städte ist quasi eine reine Liste voller Städte, die in dem Land liegen. Und umgekehrt kriege ich Leakin. Da kriege ich das Land raus und dieses Leakin-ID braucht nachher unser Webseitengenerator, um diese Dropdown-Box zu machen. Das gleiche haben wir jetzt hier. Hier, wir haben eine Hauptstadt-ID mit der Hauptstadt und wir haben rückwärts das Hauptstadt-Von. Wie gesagt, hier diese Kardinalität, die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber gut, da können wir mit arbeiten. So, jetzt machen wir das ein bisschen kleiner hier, dass wir diese Relation für die Person da noch eingebaut kriegen. Erste Beziehung, geboren in. Also, Person ist geboren in. Schauen wir mal, die geht von Person zu so einer Stadt. Ja, und heißt geboren in. So, wie viele können das sein? Exakt eine. Ich bin geboren in genau einer Stadt. Und umgekehrt nennen wir das jetzt mal wurden geboren in. Ja, das sind mehrere. Ja, also. So. Die nennen wir jetzt mal geboren in. So, wie die ursprünglich auch hieß. Schauen wir nochmal, was wir jetzt hier gemacht haben. Die Person kann haben genau eine Stadt und die liegt in geboren in. Das passt. Die Stadt kann haben mehrere Personen, die in der Liste wurden geboren in liegt. Gut. Machen wir unsere Fremdschlüssel noch an und dann drücken wir auf OK. Jetzt hat er uns hier wieder den glorreichen Namen Stadt ID vergeben. Das nennen wir natürlich geboren in ID. Das passt uns irgendwie von der Logik her. Besser. Gut. Fehlt noch dieses Wohnen. Also brauchen wir noch eine Association Wohnen. Und da kann man ja jetzt in mehreren Orten wohnen und kann aber auch umgekehrt können mehrere Menschen da wohnen. Die hieß WohntIn, wenn mich nicht alles täuscht. Unsere ursprüngliche Relation. So, und jetzt kann man hier sagen, okay, na, das geht natürlich von einer Stadt. Umgekehrt von einer Person zu einer Stadt. Und jetzt schauen wir mal hier, also die Person hat ein WohntIn-Property und das sind natürlich mehrere. Und die nennen wir rückwärts Einwohner. Also, wir können haben, eine Person kann mehrere Städte haben, die in WohntIn abgelegt werden. Und umgekehrt kann eine Stadt mehrere Personen haben, die in Einwohner abgelegt werden. Das passt. Relation heißt WohntIn, Fremdschlüssel können wir nicht vergeben, ist eine Many-to-Many-Beziehung. Wunderbar. Das sieht so aus, als würde es ganz gut zu dem passen, was wir uns überlegt hatten. Wenn wir das jetzt mal in unserem ursprünglichen Datenmodell vergleichen, sehen wir alles klar. Also hier gibt es NamedObject mit dem Namen. Dann gibt es den Fluss, der noch zusätzlich dieses Attribut für das grammatikalische Geschlecht hat. Dann gibt es hier eine Beziehung zur Stadt. Wir können das mal ein bisschen aufräumen. Schieben wir den mal ein bisschen runter, vielleicht kriegen wir da ein bisschen besseres. Also die Stadt hat eine Beziehung zu unserem Fluss. Das ist diese ganze Liegt-An-Geschichte. Sehen wir hier, also durchfließt und liegt an. Umgekehrt haben wir hier eine Beziehung. Das ist die Hauptstadtbeziehung, also Hauptstadt von, beziehungsweise Hauptstadt. Wer hinterlegt mit so einer ID. Das gleiche für liegt an, äh liegt in. Also wir haben hier ein liegt in. Eine Stadt liegt in einem Land. Und an dem Land gibt es dann eine Liste mit Städten. Und bei den Personen ist es ähnlich. Personen sind geboren in. Geboren in ist eine Stadt. Und da über die ID kann man die identifizieren. Und die wohnen auch irgendwo. Das heißt hier Einwohner und wohnt in sind entsprechend die Properties, wo nachher die Sachen drin liegen. Damit ist jetzt unser Datenmodell komplett übertragen in diesen grafischen Modus. Und im nächsten Schritt wollen wir uns da mit der Frage beschäftigen, wie wir aus diesem grafischen Modell jetzt die Klassen, das hatten wir ja schon besprochen, wie die aussehen müssen, generieren und eben auch die Datenbank. Also das heißt die Abbildung der Objekte in der Datenbank, das müssen wir generieren. Das heißt Datenbankschema muss generiert werden, so dass die Datenbank weiß, was sie für uns verwalten soll. Dann sind wir auf oderibt die Datenbank, was sie nicht so gut島. Dann beginne ich. Ja.